Ja, mach ich doch gerne. Sprich mit dem Erz mal, ja. Boah, Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Ich dachte vorhin, wirklich während des Rätsels, dass ich das Video am besten beende. Und dann weitermachen, wenn ich das Rätsel rausgefunden hab. Uh, sein Stab, den nehmen wir natürlich mit. Ah, wir sind überladen, naja. Och, wir müssen eigentlich nochmal nach Einsamkeit. Und da ein bisschen... Elfenrüstung. Das wiegt ja alles nicht viel. Die orkische Rüstung und sowas, das müssen wir ja im Inventar behalten. Puh. Danke, dass ich wieder laufen darf, Spiel. Gold. Nein! Ah, hab ich das ehrlich aufgehoben? Das ist noch hier ganz oben. Eee. Eee. Gold. Sehr schön. Gold. Makrosammatist. Ah, den Zaubertrank können wir nicht mitnehmen. Den brauchen wir aber. Da sind wir wieder überladen. Ich weiß es jetzt schon. Ja. Sonstiges. Drachisch. Neben... Ich brauche nicht mehr bereit zu sein, mich zu verteidigen. Das war es nämlich hier. Gold, Granat, Stein. Okay, aber ich schätze mal genau, hier gibt es einen kürzeren Weg. Wollt schon beinahe. Aber wirklich seltsames Ding. Schaut es euch an. Okay. Gehen wir mal hier lang. Uh. Sehr schön. Wo hat der Macht gelernt? Fleisch. Eisform. Und wir haben hier noch eine Truhe. Vulkanglarschwert. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir zwei davon. Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ich habe vergessen, die Sachen von dir aufzuheben. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Schön, Lydia. Nee, kann sie nicht nehmen. Nee. Die willst du nicht anziehen? So, dann bekommst du schon von mir mal an der Stelle... Ja, wir geben dir einfach das Vulkanglarschwert. Und... Ja, sonst eigentlich nichts. Und dann kannst du vielleicht von mir noch eine Drachenschuppe tragen, oder? Nein, kannst du nicht. Dann bekommst du noch ein paar... Orgische Stiefel kannst du noch tragen. Na, mal los. Ach, das Vulkanglarschwertschwert. Toll. Das ist ein Geräusch. Gruselig. Okay, raus hier. Zur Ausgrabungsstätte. Meine Güte, ey, war aber eine schwere Geburt. Das ist ein Geräusch. Sehr schön, danke, Spiel. Wie kommen wir hier raus? Hallo? Ah, hier. Okay. Okay, ähm, wo sind wir gekommen, wo müssen wir hin? Ach, hier ist schon der Ausgang. Ach, sehr schön gespawnt, sehr schön. In Himmelsrand tobt ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den aufständischen Sturmmänteln, die Nords und den Soldaten der kaiserlichen Armee. Hm. Der Legende nach kam die Nord-vor-Urzeiten vom fernen Kontinent Atomora nach Tamriel, Verfasser unbekannt. Der kleine Tamriel-Alber nach. Oh, es ist dumm. Und die Polarlichter, Leute. Wundervoll, dieser Anblick. Okay. Waffe wegstecken, eher Magie wegstecken. Haben wir Phalmer-Pfeile aktiviert? Wie sieht das denn bitte aus? Habe ich bestimmt vorhin auch vorsehen gemacht. So, gut. So, Schnellreise zurück zur Akademie von Winterfeste. Saatal abgeschlossen, sehr schön. Das war's also in Saatal auch. Wobei, hier fehlt auch noch ziemlich viel. Hier in der Ecke ist bestimmt noch einiges zu entdecken. Ich schaue mal, einfach nach rechts drehen. Okay, auf dem Kompass ist nix. Fail. Okay, Schnellreise zurück zur Akademie von Winterfeste. Das Tragen schwerer Rüstung oder der Gebrauch schwerer Waffen macht dich langsamer. Auch sehr interessant. Ihr müsst euch das so vorstellen. Tragt ihr eine leichte Rüstung, zum Beispiel Diebesgilden-Rüstung, so könnt ihr bei normalem Gewicht schneller laufen, als wenn ihr eine schwere Ork-Rüstung tragt. Tragt, tragt, genau. Ein Zweihänder schwingt sich schneller als eine Streitachs. Und eine Streitachs schwingt sich schneller als ein Kriegshammer. Ähm, ja. Kann man nicht viel zu sagen. Gut, haben wir wieder eine Akademie. Und wieder ist es so arg am Schneien. Aber okay. Wir müssen mit dem Erzmaier reden über unseren Befund. Sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Okay. Wir gehen da rein. Was? Ich will nur mal kurz gucken. Falsch. Ähm. Zerstörung. Fortschritt. Wir haben erst 28 auf Zerstörung. Unser Mana ist auch nicht wirklich viel, oder? Wo sieht man nochmal Mana-Werte? Hier oben in Fertigkeiten, ne? 140 Mana nur. Das ist arg wenig. Okay. Okay. So. Ja. Mhm. Okay. Ach, wir dürfen in die Gemächer des Erzmagiers gehen. Mhm. 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 Oh. Okay. 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 So, noch ein paar Treppen hochgehen Und ja, Leute Das sind die Gemächer des Erzmagiers Inklusive diesem kleinen Baum Da steht er Okay, wir gehen hier mal hin, denn hier haben wir Totenglocke Die stehlen Wir sind versteckt Lass es echt stehlen Okay, wir gehen hier einmal rum, Leute Hör ich das einfach mal an Wirklich wahnsinn Zwergendeutsch Oh, Seelensteine Was bist du denn für einer? Mächtiger Seelenstein, okay Okay, gut Wir reden aber mal mit ihm Deshalb sind wir hier Hi Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist Okay, ich muss mit euch über Saatal sprechen Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern Wir haben so eine Art Kugel gefunden Wir haben so eine Art Kugel gefunden Solltet ihr das Kugel Solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen Persönlich nicht so Oi Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Oh, okay. Mehr nicht, ne? Nein, Ende gut. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ja, gerne. Ich möchte allerdings kurz hier was hinwerfen. Und zwar ein Stab des Magierlichts. Wo bist du? Boah, die sieht schön aus. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Wir haben den zweimal. Wir legen den einmal irgendwo hier hin. Passt hier. Boah, setzt er sich da hin. Und ich dachte gerade, da sitzt jemand bei der... Ich dachte, der geht weg. Das hat mich jetzt sehr, sehr verwirrt. So. Wie sieht das bitte aus, wenn wir so einen Stab in der Hand halten? Geht ja, geht ja eigentlich. Okay. Boah, so tust du den Stab jetzt hin. Ah, das wollte ich mal eben gucken. Wenn wir einen Stab als Primärwaffe machen und du den wegsteckst... Ist er weg. Ja. Guckt es euch an. Okay. Ran in die Bücher, aktivieren wir. Sprich mit Urak Großschub. Okay. Ist man runter oder hoch? Runter oder hoch? Runter. Runter oder hoch? Ich bin verwirrt. Okay, runter. Ähm, das Akanaium. So hat er das ja ausgesprochen, oder? Ich bin verwirrt. Okay, da sind wir. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. So, und mit Ausblick auf diesen Raum und mit der Questmarkierung da hinten in seinem Gesicht, wie es von hier aus aussieht, ja, hier sind einige Bücher, das sind die, so eine Art, ja, Stoffsammlung, ähm, verabschiede ich mich von euch, denn das war's für heute mit Skyrim. Das war wieder eine halbe Stunde, daher sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, dann werden wir uns darum kümmern, ähm, ja, was wir jetzt genau für Forschungen über dieses Ding, über diese Kugel zu betreiben haben, und wir werden hier mit dem guten Verwalter des Akanaiums bei reden, so war es, glaube ich, ausgesprochen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, ansonsten schaltet ihr das nächste Mal wieder ein, wenn ihr möchtet. Macht's gut, Leute. Bis dann.